so hallo zusammen heute schauen wir uns diese powerbank von der firma auki an mit 20.000 milliampere stunden also schon etwas größeres modell die powerbank kostet 23 euro ist also nicht so teuer passt in dem bereich wo sich diese powerbanks so weit immer befinden kommt in dieser wunderschönen pappverpackung finde ich eigentlich soweit ganz gut weil ich brauche jetzt dann nicht irgendwie großartig fancy verpackung weil das landet im müll und je weniger plastikmüll dann sozusagen produziert wird desto besser also hier einfach ein karton und da ist dann halt die powerbank drinnen tun wir jetzt mal hier her und neben der powerbank haben wir jetzt hier noch ein garantie kärtchen bzw die anleitung hier mit dabei ist dann hier unten drin noch ein micro usb kabel über die kann ich dann entweder mein gerät laden oder eben auch die powerbank ja die powerbank wie gesagt hat 20.000 milliampere stunden dadurch ist auch etwas größer und schwerer die abmessung sind so 23 cm in der länge breite sind acht zentimeter höhe zwei zentimeter wiegt um die 430 gramm das entspricht so eigentlich dem was man so für diese kapazität so ungefähr so hat an gewicht und größe ist damit eher was für ein rucksack als jetzt für das kleine handtäschchen dafür hat man eben die hohe kapazität und kann da zum beispiel sein handy eigentlich mehrmals auch mit laden oder halt auch mal ein tablet ja geladen werden können geräte hier über diese zwei usb ports der hersteller gibt da 3,4 ampere ladestrom an beide ports kombiniert und in der mitte haben wir doch diese obligatorische led die man da häufig findet wenn ich hier oben länger auf diesem ein ausschalter bleibe geht die an bzw dann auch hier wieder aus ja ist eine nette spielerei ok hier oben sehen wir dann auch hier diese led an dem ein und ausschalter hier die signalisiert auch gleichzeitig den ladezustand der power bank das heißt wenn es hier rot ist habe ich noch unter 20 prozent rest kapazität wenn das jetzt hier so wie im beispiel blinkt ist es so zwischen 20 und nicht vollgeladen prozent und wenn die dauerhaft an ist ist das ding geladen das ist auch ein bisschen der einzige kritikpunkt den ich an dem gerät habe das ist jetzt nicht wirklich so granular also ich habe das andere power bank so halt so in vier einzel leds zum beispiel dann mit dabei sind die mir dann etwas genauer auskunft geben wie voll das gerät ist ja an der verarbeitung gibt es eigentlich nicht so viel auszusetzen das design ist ja mein klassisch standard ist jetzt auch nicht so wichtig für mich jetzt zum beispiel was jetzt da die power bank die muss jetzt nicht irgendwie so fancy mäßig aussehen die muss stabil sein das ist sie jetzt hier und einfach ihren zweck erfüllen ja zum laden der power bank haben wir jetzt hier zwei eingänge und zwar können wir jetzt hier dieses mitgelieferte micro usb kabel verwenden zum laden oder und das ist gerade für apple leute interessant wir können jetzt hier so ein lightning stecker halt verwenden und das dann hier einstecken das heißt als apple anwender muss ich jetzt nicht noch ein extra kabel jetzt hier mitnehmen sondern kann dann einfach hier mein lightning kabel verwenden und das ist eigentlich ganz nett beim laden sieht man jetzt hier da pulsiert dann diese led das laden dauert ja je nach ladestrom schon einige zeit weil 20.000 milliampere stunden müssen da halt schon rein das heißt wenn ich jetzt mit 2 ampere lade braucht das dann schon seine zehn stunden ja machen wir noch den kurzen ladetest wenn ich das jetzt hier anstecke dann lädt hier hinten mein iphone sofort und ja das passt soweit ladegeschwindigkeit entspricht zu dem was ich auch mit dem original netzteil von apple da so hinbekomme nicht mehr und nicht weniger wie gesagt ich kann zwei geräte gleichzeitig aufladen das passt soweit ja mein fazit ist solide power bank für 23 euro mit recht hoher kapazität bringt es natürlich dann auch mit sich dass die etwas größer und auch schwerer ist ist jetzt würde ich sagen ein klassischer kandidat für den rucksack den ich halt dann irgendwo mit dabei habe und mein telefon oder tablet unterwegs aufladen kann mit 20.000 milliampere stunden kann ich da wirklich mehrmals mein smartphone laden also ist eher etwas für den großen energiehunger zwei geräte gleichzeitig das ist schön einziger kritikpunkt ist jetzt hier wirklich das hier über diese led der ladezustand jetzt nicht wirklich detailliert abgefragt werden kann sondern ich sehe wirklich bloß grob wie viel da noch da ist andere power banks haben zum beispiel vier leds wo ich das so in 25 prozent schritten sehe der apple nutzer sehr interessant ist die möglichkeit dass über den lightning anschluss hier zu laden das heißt da muss ich jetzt hier nicht noch ein extra kabel mit schleppen sondern kann einfach mein ladekabel vom iphone verwenden um auch die power bank zu laden ja das war's vielen dank fürs zuschauen in diesem sinne gehabt euch wohl ciao euer andy vom ekb-blog